Kaltwert kann auf Knopfdruck eine Produktauswahl auf das Wichtigste reduzieren. Die Funktion Zusammenfassen speichert die wichtigsten Daten eines konfigurierten Produkts. Wie das funktioniert, nehmen wir hier ein Beispiel. Ich habe jetzt hier ein Produkt ausgewählt, habe dazu auch noch Zubehör. Hier, dieser Knopf ruft die Funktion Zusammenfassung auf. Jetzt wird das Produkt zusammengefasst. Und wenn ich jetzt hier gehe, in der Zusammenfassung, sehe ich das Produkt. Also das Produkt wurde zusammengefasst. Nur die wichtigsten Informationen wurden übernommen. Der Name, die Menge, in dem Fall der Stückpreis und die Herstellungskosten. Und dann hier Artikelnummer des Zubehörs, Beschreibung des Zubehörs, Menge und so weiter. So komme ich dann zurück. Dann können wir ein anderes Produkt wählen. Zum Beispiel jetzt hier so eins. Ich brauche jetzt nicht hier das da, sondern so. Nochmal hier so etwas. Und jetzt gehe ich wieder auf das Plus-Symbol. Wieder wird jetzt das Produkt zusammengefasst. Und wenn ich jetzt hier gehe, dann sieht man hier das zweite Produkt. Da habe ich hier das erste Produkt von vorhin und hier ist das zweite. Und so funktioniert die Funktion Zusammenfassung. Die ist eine ganz gute Lösung, zum Beispiel für Angebote. So kann ich jetzt so etwas an Kunden rausschicken. Oder so etwas an einer Art Vorlagensystem oder CRM-System exportieren. Und dann kann das so ein Angebot an Kunden rausschicken. Okay. Und dann kann das letzte